Hallo und herzlich willkommen hier im SAP BI Forum der Windhoff Group. Mein Name ist Michael Lonnus und in diesem Video möchte ich Ihnen gerne die SAP Data Warehouse Cloud vorstellen. Die SAP Data Warehouse Cloud ist ein neues, relativ junges Produkt. Erstmals Ende 2019, Anfang 2020 auf der Preisliste aufgetaucht und adressiert ähnlich wie die SAP Analytics Cloud eben ein Software-as-a-Service-Angebot, hier, wie der Name schon sagt, eher im Bereich der Data Warehouse-Funktionalitäten, also eher der Backend-Funktionalitäten und ergänzt damit die SAP HANA Cloud Services, auf denen das Ganze technologisch aufsetzt.